Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Jurassic World Evolution Info Video. Und zwar mache ich das Ganze, weil gestern im Jurassic World Evolution Forum ein neuer Forumpost mit neuen Informationen zum Update bzw. DLC am 10.12. erschienen ist. Und das Ganze möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten und auch präsentieren. Der Forumpost heißt Feature Focus Restrooms. Ja, die Restrooms haben wir ja schon beim letzten Video gesehen auf dem Screenshot. Das sind die Toiletten, die neu hinzukommen ins Spiel als neues Gebäude. Und die werden uns so ein bisschen vorgestellt, aber es werden uns auch noch einige andere Sachen verraten. Und das werden wir uns jetzt gemeinsam angucken. So, wir klicken mal drauf und keine Sorge, das Ganze ist auf Englisch und so ein bisschen länger, aber ich werde das für euch übersetzen und zusammenfassen. Also ihr werdet keine Probleme haben, auch wenn ihr nicht so gut Englisch sprecht. Das werde ich alles für euch übernehmen. Hier steht erstmal drin, dass das Ganze Feature Focus heißt und das ist der erste von zwei Feature Fokussen sozusagen. Den nächsten Feature Focus, den werden wir nächste Woche Mittwoch bekommen. Den werde ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Der erste ist jetzt sozusagen die Restrooms, also die Toiletten. Und der zweite wird wahrscheinlich das neue Schadensmodell an den Jeeps sein. Dieses neue Vehicle Damaging und dass die Dinos sozusagen angreifen. Darauf freue ich mich noch um einiges mehr als auf diese Toiletten, weil das für mich noch viel, viel spannender ist. Aber da kommen wir, wie gesagt, nächste Woche zu. Das werde ich euch auf jeden Fall auch berichten, also keine Sorge. Wir gehen jetzt hier erstmal auf diesen Post so ein bisschen ein. Hier sehen wir jetzt erstmal noch zwei wundervolle Screenshots. Also diesen unteren, den kannten wir ja schon, den habe ich euch ja schon im letzten Video gezeigt. Aber dieser hier ist nochmal so ein bisschen von der anderen Seite und neu. Okay, aber im Prinzip hat sich da, also man sieht jetzt nicht viel anderes als auf diesem Screenshot. Also da ist jetzt nichts irgendwie, wo ich sagen würde, oh, das ist neu oder sowas. Wobei das hier hinten, meint ihr, man kann hier so reingehen? Ah ne, da ist einfach eine zweite Toilette hinter, ne? Ah, ich glaube hier ist eine Toilette und auf der Rückseite ist auch eine Toilette. Okay, never mind, Leute. Also das Gebäude ist nur wirklich so ziemlich klein hier. Das ist wirklich sehr klein, das Gebäude. Aber das erwähnen die auch noch hier unten. Hier kommt nämlich jetzt nochmal ein wundervoller Text, wo so ein paar Informationen über diese Restrooms drinstehen. Also erstmal steht da drin, dass die Besucher dieses neue Bedürfnis bekommen, auf Toilette zu müssen. Das ist einfach wie das Essen- oder Trinkenbedürfnis, was die Besucher ja sowieso schon hatten, was wir alle kennen. Und da kommt jetzt einfach noch so ein neues Bedürfnis hinzu. Und ja, finde ich jetzt in Ordnung, aber das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Also ich glaube nicht, dass durch dieses weitere Bedürfnis das Parkmanagement groß anders wird. Weil man wird dann einfach zum Beispiel einen Essensbereich haben oder ein Hotel oder allgemein Bereiche, Plätze, wo die Leute sich tümmeln. Und da wird man dann einfach zusätzlich noch eine Toilette hin platzieren. Und dann hat sich das Bedürfnis quasi schon erledigt. Also ich glaube nicht, dass das das Spiel viel, viel anspruchsvoller macht, was das Parkmanagement angeht. Aber es ist schon mal auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Also das kann man nicht anders sagen. In dem Text steht auch noch drin, dass das Gebäude sehr, sehr klein ist. Und deshalb sollte man da keine Probleme haben, das in bereits bestehenden Parks mit einzubauen. Das finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Sache, dass man das dann easy nachträglich noch hinzufügen kann. Und hier steht noch drin, wenn man gerade einen Park neu angefangen hat, dass man so ein bisschen darauf achten muss, nicht zu viele davon zu bauen, weil die auch noch so ein bisschen Betriebskosten mit sich bringen. Also nicht, dass man dann pleite geht, weil man zu viele Toiletten gebaut hat. Aber ich hatte bei Jurassic World Evolution, wenn ich ehrlich bin, so gut wie nie Geldprobleme. Und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern, wenn die da nicht mega große Anpassungen machen, was das Parkmanagement angeht. Aber Leute, jetzt kommen wir erst zu dem richtig spannenden Part, nämlich hier unten. Tada! Das ist das gleiche Toilettenhäuschen, aber im Jurassic Park Style. Und das sind sogar diese richtigen anderen Mitarbeiter, oder? Die kenne ich so gar nicht. Das sind sogar diese Originalmitarbeiter aus dem Film auf dem Screenshot. Ist das nicht nice, Leute? Und ja, ich kann es euch hier nochmal zeigen. Hier ist noch ein zweiter Screenshot. Das sieht halt schon wirklich so ein bisschen in diese Richtung Jurassic Park 1, wie dieses Toilettenhaus aus, wo der Typ aus dem Auto geflüchtet ist, von den Kindern, sich da versteckt hat und dann von dem T-Rex gefressen wurde. Ihr wisst sicherlich, welche Stelle ich meine. So sieht das ein bisschen aus, aber es sieht nicht exakt so aus. Also es ist nicht exakt ein Nachbau. Aber ich finde den Style schon sehr, sehr cool mit diesen Holzbalken, den Strohdach, diesen Bambus hier und sowas. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Text dazu. Die Spieler, die sich das DLC kaufen werden, Return to Jurassic Park, die kriegen auch den Zugang zu diesen Facilities. Facilities sind einfach diese Einrichtungen, diese Gebäude. Und es soll wohl jedes Gebäude, so wie ich das hier lese, in diesem Style verfügbar sein. Also jedes andere Gebäude, jedes Restaurant und was man alles platzieren kann, das wird dann auch so in diesem Strohdach-Style sein. Finde ich sehr, sehr cool. Also wir werden richtig viele neue Gebäude kriegen. Und ich bin auch bei einigen Gebäuden sehr gespannt, zum Beispiel bei der Einschienenbahn, weil die werden die ja auch nicht einfach so einbauen können, wenn das im Jurassic Park-Style sein soll. Da wird ja dann vielleicht so eine Jeep-Tour kommen, wie wir schon gesehen haben. Oder vielleicht wie bei Jurassic Park Operation Genesis, da war ja diese Ballon-Tour. Das wäre auch mega cool, wenn die das stattdessen einbauen. Das könnte ich mir auch richtig gut vorstellen. Wäre auf jeden Fall richtig, richtig spannend. Aber ja, ich lasse mich überraschen. Ich bezweifle es ein bisschen mit der Ballon-Tour. Also das mit den Jeeps ist wahrscheinlich viel, viel realistischer. Genau, hier steht es dann auch, man hat dann halt Zugang zu diesen Gebäuden, alle mit so einem Strohdach, die beim Film inspiriert sind. Also die sind alle so im Style von dem Film. Sind jetzt nicht original Nachbauten, genau wie diese Toilette nicht. Aber die sind alle sehr nah dran und auf jeden Fall im Style von dem Film. So, was haben wir denn noch? Okay, jetzt kommt nämlich nochmal so ein Punkt, der ist so ein bisschen meh, sage ich mal. Also, man wird eine schöne Kampagne haben, da werden diese Gebäude auf jeden Fall verfügbar sein. Und man kann im Sandbox oder Challenge-Mode auswählen, mit einem Setting, Jurassic Park Ära. Das heißt, man muss sich vorher entscheiden, ob man Jurassic Park Gebäude haben will oder Jurassic World Gebäude. Man kann das nicht in einem Park mischen. Also ihr müsst wirklich am Anfang auswählen, okay, ich möchte in der Jurassic Park Ära spielen. Und dann könnt ihr nur dieses Strohdachgebäude bauen. Oder ihr müsst am Anfang auswählen, ich möchte Jurassic World Gebäude spielen. Und dann, ja, finde ich jetzt nicht so cool, dass man das nicht mischen kann. Weil dadurch geht natürlich wieder Variationen und sowas verloren. Aber ich freue mich trotzdem über diese ganzen neuen Gebäude. Es wird richtig awesome. Es wird ein richtig krasses DLC. Und man muss auch auf jeden Fall sagen, Entschuldigung, dass dieses Mal das DLC um einiges krasser wird als das Update. Beim letzten Mal war es ja so, bei Claire Sanctuary, dass das Update viel, viel krasser war als das DLC im Endeffekt. Und jetzt ist es genau andersrum. Weil das DLC hat richtig viele Neuerungen. Und das Update hat ja wirklich nur diese zwei Feature-Fokusse, die ich euch jetzt ja gerade vorstelle. Also die Toiletten und das Vehicle Damaging. Und wahrscheinlich noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Und das DLC, das hat ja richtig, richtig viele Sachen. Also ich sage euch eins, dieses DLC wird sich mega krass lohnen. und ich bin mega gespannt. Also ich finde, ich feiere diese Gebäude richtig hart. Aber ich bin auch schon wieder so ein bisschen enttäuscht geworden, dass man die nicht mixen kann. Aber ich lasse mir meine Freude nicht nehmen. Ich bin wirklich mega, mega gespannt. Was man hier auch noch sieht, sind auf jeden Fall neue Pflanzen um das Gebäude herum. Also hier sind so kleine rote Blumen und sowas. Und die sind auch sehr, sehr nah am Gebäude. Da denkt man erst mal so, vielleicht haben sie es reingepatcht, dass man jetzt Pflanzen auch direkt am Gebäude platzieren kann. Aber dann habe ich mir mal den zweiten Screenshot angeguckt. Und hier sind genau die gleichen Pflanzen. Also das ist auf jeden Fall nicht die gleiche Toilette an der gleichen Stelle. Weil hier geht es hier hinten hoch. Das hätte man sonst hier hinten auch schon gesehen. Und es sind einfach exakt die gleichen Pflanzen. Achtet mal hier auf diese rote Pflanze und diese Palme hier. Rote Pflanze, Palmen. Also können wir davon ausgehen, dass diese Pflanzen fest zu dem Gebäude gehören. Also wenn du das Gebäude platzierst, werden diese Pflanzen auch mit dabei sein. Finde ich ein bisschen schade. Wäre halt cooler, wenn man es selber gestalten könnte. Aber ich freue mich trotzdem. Ja, was gibt es denn hier noch? Ja, hier steht noch drin, dass nächste Woche Mittwoch der nächste Feature-Focus kommt. Den werde ich euch auf jeden Fall auch präsentieren. Das wird diese ganze Vehicle-Damage-Geschichte sein. Und ansonsten, das Update kommt am 10. Dezember 2019. Das wissen wir alle. Aber ich habe euch gar nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gut informiert. Hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr nichts verpassen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Haut rein. Euer Dandi. Ich hoffe, ihr habt euch gefallen.